Wir sind hier in Karamoja im Norden von Uganda, wo das DAK schon sehr viele Tiefbrunnen gebaut hat. Leider ist das Wasserproblem damit noch lange nicht gelöst. Die Menschen in Karamoja leiden unter sehr großer Wasserknappheit, so wie in ganz Norduganda. Und mit ihrer Spende können wir den Menschen helfen, noch mehr Brunnen anzulegen. Untertitelung des ZDF, 2020